Hier ist für euch Vincent Weiss! Für mich ist es natürlich eine ungewohne Umgebung, vor so einem Publikum zu spielen, aber total cool, weil ich finde, Kinder lachen, so sind halt die ehrlichsten lachen, also die sagen ja auch genau, was sie denken und das direkt ins Gesicht und das ist halt auch mal sehr schön, ein sehr schöner Kontrast zu dem, was man sonst so spielt. Ich habe heute zwei Küsschen bekommen auf die Wange, auf jeden Fall von James und über viel, was irgendwie so, glaube ich, hängenbleiben wird. Er hat das wirklich total toll gemacht und einfach, wie er mit den Kindern agiert hat und ich meine, man hat es ja gesehen, du bist zu den Kindern gegangen und sie haben sich total gefreut, dass du dich zu ihnen gesetzt hast, dass sie mal Hallo sagen durften. Vielleicht singen wir irgendwann wieder Panic at the Disco Songs und jetzt mitsingen. Das sind so Erlebnisse, oder wenn größere Kinder auch drin in den Augen hatten, weil sie einfach ihren Star gesehen haben und sie aus dem Radio kennen und das ist einfach wunderschön. Ich trage sie bei mir, unsere Bilder, dein strahlendes Lächeln auf einem Polaroid. Ich fand ja das Konzert total gut. Das Feuerwehrglied. Ich fand das cool. Ganz egal, wo du bist, wie sehr du mich verlierst. Und man glaubt, man sieht ihn nie, aber dann sieht man ihn auf einmal und dann geht es richtig so in das Herz auf. Ich bin doch nur ein Herzschlag entfernt. Ich liebe ihn, oh mein Gott. Ich habe halt auch ganz viel mitgesungen. Am meisten hat mir gefahren Feuerwehr. Das war heute ein schöner Tag. Ein riesengroßes Dankeschön und einen ganz, ganz großen Applaus an euch. So viele fremde Gesichter und tausende Lichter. Doch jeden Moment bin ich bei dir, dir, dir. An manchen Tagen verblassen all diese Farben. Dann stelle ich mir vor, du wärst bei mir. Ich trage sie bei mir, unsere Bilder. Dein strahlendes Lächeln auf einem Polaroid. Wir reisen zusammen, auch wenn Meilen uns trennen. Und unsere Welt zieht an mir vorbei.